Das ist schon verrückt, weil ich in den Wochen vor dem Riss habe ich oft diesen Zweifel gehabt, mache ich weiter oder wie mache ich weiter und habe ich überhaupt Zeit dafür, habe ich Bock darauf. Also der übliche Mist, der einem alle paar Wochen mal wieder so durch den Kopf schießt. Und dann war plötzlich all der Zweifel der Vorwochen vergessen. Will I believe in this?